Willkommen bei MEXICO Anleitungen & Tutorials. Heute zeige ich dir, wie du auf deinem Mac, also einem der verschiedenen MacBooks, iMac, Mac Mini, Mac Pro und so weiter Windows 10 ohne DVD installierst. Diese Anleitung funktioniert nur bei Macs ohne DVD-Laufwerk. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten um Windows auf dem Mac zu installieren. Einmal, wie in diesem Video gezeigt, als komplett eigenständige Installation. Auf der Festplatte deines Macs sind dann zwei Betriebssysteme gleichberechtigt nebeneinander installiert, also Windows 10 und OS X. Du kannst dann bei jedem Start deines Macs durch Drücken der Alt-Taste auswählen, welches Betriebssystem gestartet werden soll. Für das ausgewählte Betriebssystem steht dann die volle Leistung des Macs zur Verfügung. Willst du das Betriebssystem wechseln, musst du den Mac neu starten. Die andere Möglichkeit zeige ich in einem anderen Video, Link in der Videobeschreibung. Dort wird innerhalb von OS X ein virtueller Computer erstellt, auf dem dann Windows 10 installiert wird. Der Mac startet dann also immer OS X und innerhalb von OS X kann Windows 10 dann wie ein ganz normales Programm gestartet werden. Das hat den Nachteil, dass Windows 10 nie die ganze Leistung des Macs nutzen kann, weil zwei Betriebssysteme gleichzeitig laufen. Der Vorteil ist, dass man den Mac nicht extra neu starten muss, um mal eben schnell was in Windows zu erledigen. In diesem Video-Tutorial zeige ich dir die Installation von Windows 10 mithilfe des Programms Bootcamp auf einem iMac mit OS X Yosemite. Es sollte bei allen neueren OS X-Versionen genauso funktionieren. Auch die Vorgehensweise bei anderen Windows-Versionen ist im Prinzip gleich. Das Programm Bootcamp ist gratis und auf deinem Mac bereits vorinstalliert. Wer sich jetzt fragt, warum man auf dem Mac Windows statt OS X als Betriebssystem nutzen will, der sollte bedenken, dass OS X zwar sehr gut läuft, es aber viel spezielle Software nur für Windows gibt. Dazu zählen zum Beispiel Steuerungsprogramme für Maschinen, aber auch Spiele. Ich werde dir zuerst die Vorbereitungen mit Bootcamp zeigen, dann die Windows 10 Installation und danach, wie du die Treiber für die Hardware deines Macs unter Windows 10 installierst. Am Schluss zeige ich noch die Verbindung mit dem Internet über WLAN und wie man einstellt, welches der beiden Betriebssysteme vorrangig gestartet werden soll. Bitte sieh dir das Video komplett an, dann sollte es auch bei dir problemlos klappen. Deine OS X Installation inklusive aller Programme und Daten bleibt erhalten. Trotzdem solltest du vor solchen Aktionen immer eine Datensicherung machen. Du brauchst eine ISO-Datei von Windows 10. Einen Link zum kostenlosen und legalen Download findest du in der Videobeschreibung. Du kannst Windows 10 übrigens ein paar Tage ohne Lizenz testen. Möchtest du es länger verwenden, musst du dir einen Windows 10 Product Key kaufen. Link zum günstigen Kauf bei Amazon in der Videobeschreibung. Außerdem kannst du natürlich einen Windows 10 Product Key von deinem alten PC verwenden, wenn die verwendete Version die gleiche ist. Also zum Beispiel beides die Windows 10 Home Version. Bedenke aber, dass ein Product Key immer nur auf einem Computer gleichzeitig aktiviert sein darf. Zusätzlich brauchst du noch einen USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicher. Er wird nur für die Installation benötigt und kann danach formatiert und normal weiterverwendet werden. Externe Festplatten und Speicherkarten funktionieren nicht. Wenn dein Mac nur eine kabellose Bluetooth-Maus und Tastatur hat, brauchst du außerdem noch eine USB-Maus. Stecke deinen USB-Stick ein und versichere dich, dass darauf keine wichtigen Dateien mehr sind. Entferne außerdem alle anderen eingesteckten Geräte, wie z.B. externe Festplatten und so weiter. Nach der Installation kannst du sie natürlich wieder einstecken. Klicke dann rechts oben auf die Lupe. Gebe in die Suche Bootcamp ein und drücke Enter, sobald dir das Programm vorgeschlagen wird. Das ist der Bootcamp Assistent. Klicke auf Fortfahren. Nun wirst du gefragt, was du alles machen möchtest. Lasse alle drei Häkchen drin und klicke auf Fortfahren. Nun sollst du dein Windows 10 ISO Image und den USB-Stick auswählen. In der Regel wird die ISO Datei, so wie bei mir, automatisch erkannt. Falls nicht, musst du auf Auswählen klicken und die ISO Datei auf deinem Mac suchen und auswählen. ISO Dateien können nach dem Herunterladen übrigens einfach direkt verwendet werden. Packe sie nicht aus. Der USB-Stick wurde auch schon automatisch ausgewählt. Wenn dein USB-Stick hier nicht erscheint, dann formatiere ihn und versuche es nochmal. Klicke auf Fortfahren. Du wirst gewarnt, dass alle Daten auf deinem USB-Stick gelöscht werden. Falls du sie noch brauchst, solltest du sie vorher sichern. Klicke auf Fortfahren. Nun wird mit der ISO Datei ein bootfähiger Stick zur Installation von Windows 10 erstellt. Außerdem werden die aktuellsten Windows-Treiber für die Mac-Hardware heruntergeladen und auf dem Stick gespeichert. Du solltest also mit dem Internet verbunden sein. Dieser Schritt kann locker eine Stunde dauern, also nicht wundern. Nun musst du wahrscheinlich dein Administrator-Kennwort eingeben und auf Hilfsprogramm hinzufügen klicken. Jetzt sollst du den Speicherplatz deiner eingebauten Festplatte zwischen OS X und Windows 10 aufteilen. Du kannst Windows 10 übrigens standardmäßig nur auf der eingebauten Festplatte installieren. Voreingestellt sind 20 GB. Das empfohlene Minimum für Windows 10 sind aber 25 GB. Das reicht, wenn du Windows 10 nur für ein spezielles Programm nutzen willst, das wenig Speicher braucht. Zum Beispiel um eine Maschine zu steuern. Für alles andere würde ich mehr empfehlen. 75 GB ist ein guter Wert. Du kannst den Trennstrich mit der linken Maustaste packen und hin und her ziehen, um den Speicher anders aufzuteilen. Oder du klickst auf Gleichmäßig aufteilen, um jedem Betriebssystem 50% zu geben. Wenn du dich entschieden hast, klickst du auf Installieren. Das dauert wieder eine ganze Weile und dein Mac startet neu und bootet vom USB-Stick. Achte darauf, den USB-Stick bis zum Schluss stecken zu lassen. Die einzelnen Schritte dauern teilweise sehr lange und es kann insgesamt mehrere Stunden dauern. Bei Macs mit SSD Festplatte geht es natürlich schneller. Ich kürze die Wartezeiten fürs Video ab. Nun musst du die gewünschte Sprache einstellen und auf Weiter klicken. Du kannst jetzt schon deinen Product Key eingeben oder den Schritt überspringen. Da ich die Windows 10 Preview verwende, kann ich jetzt zwischen der Home und der Pro Version wählen. Kann sein, dass dieser Schritt bei dir fehlt. Nun den Lizenzvertrag lesen, ein Häkchen bei Ich akzeptiere setzen und auf Weiter klicken. Jetzt wirst du gefragt auf welche Partition, also auf welchen Teil der Festplatte du Windows 10 installieren willst. Hier musst du nun die mit Bootcamp erstellte Partition auswählen. Das ist die, die mit Bootcamp benannt ist. Klicke sie an und merke dir die Nummer. Bei mir ist es die Partition Nummer 3. Klicke dann auf Formatieren. Achtung, wähle hier wirklich die Bootcamp Partition aus, sonst löscht du dir alle Daten von der OSX Partition. Lese und bestätige den Warnhinweis. Nach dem Formatieren ist der Zusatz Bootcamp verschwunden. Wie du an der Warnmeldung siehst, habe ich für das Video spaßeshalber mal eine Partition mit 20 GB Größe ausprobiert. Es wird zwar gemeckert, funktioniert aber trotzdem. Nach der Installation waren noch 5 GB Speicher frei. Versichere dich, dass du die gleiche Partitionsnummer wie zuvor ausgewählt hast, also bei mir die Partition Nummer 3 und klicke auf Weiter. Wenn du an dieser Stelle nicht weitermachen kannst, dann hast du eventuell meine Hinweise am Anfang nicht befolgt oder Bootcamp hat Mist gebaut. Du musst dann von vorne beginnen. Schalte dazu deinen Mac aus und stecke den USB-Stick ab. Schalte dann deinen Mac wieder ein und drücke ganz oft die Alt-Taste. Wähle danach deine OSX Partition zum Starten aus. Unter OSX entfernst du mit Bootcamp die Windows Partition wieder und fängst nochmal komplett von vorne an. Hier funktioniert es aber gleich und wir können weitermachen. Je nach Geschwindigkeit deines Macs dauert die Windows 10 Installation Minuten oder Stunden. Dein Mac wird automatisch mehrmals neu starten. Achte darauf den USB-Stick stecken zu lassen. Spätestens ab jetzt werden kabellose Bluetooth-Mäuse und Tastaturen nicht mehr funktionieren. Wie du sie wieder zum Laufen bekommst, zeige ich dir später. Jetzt musst du erstmal mit einer USB-Maus weiterarbeiten. An den MacBooks sollte das eingebaute Touchpad und die Tastatur funktionieren. Falls du eine funktionierende Tastatur hast, kannst du den Windows 10 Product Key eingeben. Oder du benutzt dafür die Bildschirmtastatur mit der Maus. Ich klicke lieber auf Verschieben. Du wirst dann irgendwann von Windows 10 dazu aufgefordert werden, den Product Key einzugeben. Dann kannst du die Einstellungen anpassen oder wie ich auf Express-Einstellungen verwenden klicken. Vergebe nun einen Benutzernamen. Allen Bluetooth-Tastaturbenutzern hilft wieder die Bildschirmtastatur. Klicke auf Weiter. Es dauert wieder etwas und dann siehst du den Windows 10 Desktop. Normalerweise sollte auch gleich dieser Installationsbildschirm für die Mac-Treiber auftauchen. Wenn das bei dir nicht so ist, dann klickst du unten in der Taskleiste auf das gelbe Ordner-Symbol. Das ist der Datei Explorer. Klicke links auf dieser PC. Mache dann einen Doppelklick auf deinen USB-Stick. Öffne dort den Ordner Bootcamp und mache einen Doppelklick auf der Anwendung Setup. Du musst das Ausführen mit Ja erlauben. Schließe nun das Datei Explorer-Fenster. Du solltest nun auch dieses Installationsfenster sehen. Klicke auf Weiter. Nun sollst du den Lizenzvertrag lesen und ich akzeptiere auswählen. Klicke dann auf Installieren und warte geduldig ab. Nachdem der Bildschirm wahrscheinlich ein paar Mal schwarz wurde, sollte nun die Bildschirmauflösung stimmen und du kannst auf Fertigstellen klicken. Danach musst du noch mit Ja bestätigen, dass der Mac neu gestartet wird. Zum Koppeln der Bluetooth-Maus und Tastatur klickst du unten links auf das Windows-Logo und dann im Startmenü auf Einstellungen. Dort klickst du dann auf Geräte. Klicke auf Bluetooth. Windows sucht nach Bluetooth-Geräten. Schalte deine Maus mit diesem Schalter aus und wieder an. Dieses grüne Licht sollte dann aufleuchten. Nun sollte Windows 10 die Maus finden. Klicke darauf und dann auf Koppeln. Warte bis der Balken durchgelaufen ist und ignoriere eventuelle Meldungen rechts unten. Schalte nun deine Bluetooth-Tastatur mit einem langen Druck auf den Knopf an der Seite aus und wieder ein. Auch hier leuchtet kurz ein grünes Licht auf. Windows 10 sollte die Tastatur jetzt finden. Klicke auch hier auf Koppeln. Jetzt musst du den angezeigten Code auf deiner Tastatur eintippen und dann auf die Enter-Taste drücken. Dann sollte die Meldung mit dem Code verschwinden und du musst wieder warten bis der Balken durchgelaufen ist. Deine Bluetooth-Tastatur funktioniert jetzt. Die CMD, also die Command-Taste ist hier übrigens die Windows-Taste. Wie du siehst funktioniert auch das normale Tippen. Deine USB-Maus und den USB-Stick kannst du jetzt übrigens ausstecken. Den Stick kannst du formatieren und wieder ganz normal verwenden. Klicke rechts unten in der Taskleiste auf das WLAN-Symbol. Du siehst eine Liste aller verfügbaren WLAN-Netzwerke. Klicke auf Deins und dann auf Verbinden. Nun musst du dein WLAN-Kennwort eingeben und auf Weiter klicken. Wähle hier aus, ob dein Computer für andere Geräte im gleichen WLAN-Netzwerk sichtbar sein soll. Nun bist du verbunden und kannst im Internet surfen. Standardmäßig startet dein Mac jetzt beim Einschalten immer Windows 10. Möchtest du selbst entscheiden was gestartet wird, musst du direkt nach dem Einschalten mehrmals auf die Alt-Taste drücken. Dann erscheint dieser Auswahlbildschirm. Hier kannst du mit den Pfeiltasten auswählen was gebootet werden soll und mit Enter bestätigen. Um selbst auszuwählen was ohne Drücken der Alt-Taste gestartet werden soll, klickst du unter OS X oben links auf den Apfel und dann auf Systemeinstellungen. Dort klickst du auf Start Volume. Klicke nun die Partition an, von der standardmäßig gebootet, also gestartet werden soll. Anklicken reicht, du brauchst nirgends auf OK zu klicken. Diese Einstellung gilt nur, wenn du einschaltest ohne dabei die Alt-Taste zu drücken. Solltest du noch Fragen haben, poste sie unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen, bitte gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Keine Angst, das kostet nichts. Das bedeutet nur, dass du von YouTube informiert wirst, wenn es von mir neue Videos zu sehen gibt. Und hier findest du mich im Web, bei Twitter und bei Facebook. Bis zum nächsten Mal bei Mexiko Anleitungen und Tutorials.